Machen wir weiter mit meinem Baby Crankpump Pro. Das hilft mir einfach enorm gut einzuschlafen und durchzuschlafen. Man ist einfach konzentriert, leistungsfähig, durch das Koffein. Wichtig für unsere Energiestoffwechselprozesse. Isoclear, Isoclear, sprecht es aus wie ihr es wollt. Und ich trinke es halt immer während dem Trinken. So Leute, ich hoffe euch geht es gut und ihr seid fit. Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute haben wir den zweiten Teil von meinen Supplementen, die ich euch vorstellen möchte. Falls ihr den Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann checkt es auf jeden Fall ab. Zuallererst, nicht wundern, ich muss Dauerwerbesendung einblenden, weil ich ja eben hier nur ESM-Produkte habe und ich von ESM gesponsert werde. Was möchte ich mit diesem Video erreichen? Ich möchte euch Tipps geben, was sinnvoll wäre zu kaufen und was nicht. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Produkte auf dem Markt zurzeit. Ja, es gibt einige Luxusprodukte, sage ich jetzt mal, und auch einige, die wirklich wirklich hilfreich sind. Ich habe alle Produkte, die ihr hier seht, getestet und ich möchte euch ein ehrliches Feedback geben. Und ja, genau, meine Meinung einfach und meine Erfahrungen dazu. Mitteilen. Ich bin so ehrlich und muss zugeben, ich werde von ESM gesponsert und davor hatte ich einige Produkte nicht. Es lag einfach daran, dass ich halt eben Schüler bin. Und ich mache zwar auch Nebenjob, aber ich verdiene jetzt nicht so übertrieben viel, dass ich wirklich alles mögliche kaufen kann. Ich wollte auch nicht, dass meine Eltern einfach unglaublich viel für mich ausgeben. Aber jetzt habe ich aber die Möglichkeit bekommen, wenn ich eben gesponsert werde, alles zu testen. So ziemlich alles. Es gibt zwar noch ein paar Sachen, die kommen noch, aber hier haben wir schon einiges. Also ein paar Sachen habe ich schon probiert gehabt, ein paar Sachen nicht. Und ich möchte ehrlich zu euch sein, wenn ihr das Geld habt, dann gibt es sehr, sehr viele Sachen, die eine super Investition sind. Aber wenn ihr eben nicht die Möglichkeiten habt oder nicht zu viel Geld für Supplemente ausgeben wollt, allgemein reicht es auch aus, die Basics abzudecken. Wie zum Beispiel Proteinpulver und die Vitamine, um dann eben Gains zu machen und voranzukommen. Allerdings, diese Produkte, die ihr hier seht, haben wirklich eine Top-Qualität. Made in Germany und die allermeisten sind wirklich einfach nur hilfreich. Und das möchte ich euch vorstellen. Also am ersten Tag habe ich ein paar Sachen schon vorgestellt. Ganz kurz nochmal Omega-3. Wofür ist das Ganze da? Das ist für unsere Sehkraft, Gehirn, Herz, Vitamin D3, K2. Das war ganz wichtig für unsere Knochen natürlich. Aber auch für die Blutgerinnung und auch natürlich für Stoffwechselprozesse. Beides kann man gleichzeitig einnehmen, sollte man auch, weil D3, K2 sind Fett, lösliche Vitamine und joa. Kreatin, meist erforscht ist das Abnummern, muss ich glaube ich nichts dazu sagen. Führt einfach nachweislich zur Leistungssteigerung. Es gibt unglaublich viele vertrauenswürdige Studien. Dann hatte ich auch in dem letzten Video vorgestellt. Meine Flaming Tasties und Proteinpulver, veganes Proteinpulver und Designer Whey Protein. Ganz normal, Flaming Tasty, muss ich auch nichts dazu sagen. Checkt auf jeden Fall meinen Insta-Up, bevor ich das vergesse. Da habe ich unter Estan Highlights wirklich auch so sehr, sehr viele Geschmäcker und so weiter probiert. Wenn ihr nicht nur wissen wollt, für was die Produkte sind, sondern wie sie schmecken und so weiter. Wie gesagt, Flaming Tasty, Geschmackspulver und Proteinpulver habe ich im letzten Video schon vorgestellt und erklärt. Deshalb checkt es ab, wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an mit den neuen Supplementen, die ich im letzten Video nicht vorgestellt habe. Zuallererst ganz, ganz wichtig, Zink. Ich fange an mit den Gesundheitssupplements, das zeige ich jetzt mal. Zink ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nimm eine Kapsel, hier sind 120 Kapseln drin. Das reicht für vier Monate bei mir. Zink, ganz, ganz wichtig. Unser Immunsystem für Stoffwechselprozesse, für unsere Haut und so weiter hat richtig, richtig viele Vorteile. Zink müsst ihr supplementieren. Führt keinen Weg vorbei. Dann machen wir weiter mit Magnesium. Magnesium nehme ich zwei Kapseln, hier sind auch 120 drin. Das heißt, es reicht für zwei Monate, für 60 Tage. Magnesium ist hauptsächlich bekannt dafür, dass es Müdigkeit und Schöpfung reduziert. Das heißt, wenn ihr irgendwie wirklich Beschwerden habt, wenn ihr die ganze Zeit müde seid, obwohl ihr ausgeschlafen seid im Prinzip. Schaut mal, ob ihr einen Magnesiummangel habt. Zinkmangel, könnt ihr auch mal schauen. Wichtig für unsere Energiestoffwechselprozesse. Das ist ein Nervensystem für normale Muskelfunktion und, und, und. Und auch für eine normale Proteinsynthese. Also beides sehr, sehr wichtig. Dann habe ich neu angefangen mit Ashwagandha Pro. Also ihr wisst sicherlich, jeder von uns hat einfach viel Stress oder Zeiten, Phasen, in denen er sehr, sehr viel Stress hat. Bei mir jetzt Abiturstress, Schule, alles mögliche. Und ich arbeite tatsächlich auch mit To-Do-Listen, damit ich alles abarbeiten kann. Auch was Social Media angeht, da bin ich ja auch gut am Hustlen. Macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und genau da hilft Ashwagandha Pro oder soll helfen, um eben unseren täglichen Stress zu reduzieren, um einfach leistungsfähiger zu sein. Ich nehme davon zwei Kapseln täglich, es reicht ebenfalls für zwei Monate, 120 Kapseln sind drin. Ich nutze das schon seit einer Woche bis jetzt. Ich spüre sowieso nicht so viel Stress, weil ich derzeit in den Ferien bin, also wo ich das Video aufnehme. Aber mal schauen, wie es dann in der Schulzeit ist, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das unterstützt unsere Gesundheit psychisch und physisch sozusagen, kann man so erklären. Hier ist kombiniert Ashwagandha Wurzerextrakt mit den Vitaminen, sag ich jetzt mal. Die eben Stress reduzieren sollen, Magnesium, Vitamin B6 und Zink. Das ist eben die Antistress-Nährstoffkombination sozusagen und ja genau. Machen wir weiter mit meinem Liebling, einfach mal Melatonin Sleep Spray von ESN. Zuallererst, wofür ist es gut? Ein Sprüher enthalten einen Minigramm Melatonin, auch Vitamin B6. Das Ganze dient zum Einschlafen und Durchschlafen. Es ist so, jeder von uns hängt am Handy, auch vorm Penning gehen oder Schichtarbeiter oder sowas können halt eben nicht direkt einschlafen. Bei mir ist es auch so während der Schulzeit, ich kann einfach nicht so früh einschlafen. Das hilft mir einfach enorm, gut einzuschlafen und durchzuschlafen. Das Wichtigste hierbei ist, das hat wirklich gar keine Abhängigkeitswirkung. Bei mir war das so, ich war skeptisch. Ich dachte mir so, okay, nachweislich, ich kann es zwar nicht abhängig machen, aber vielleicht von meinem Kopf, wenn ich das nicht nehme, dass ich mir dann denke, so, oh, ich habe das heute nicht genommen, werde ich gut schlafen oder so. Nein, ich kann euch wirklich garantieren und aus Erfahrung sprechen, dass das in keinster Weise irgendwie abhängig macht oder sowas. Also ich schlafe auch ohne Melatonin Sleep Spray, zum Beispiel an den Wochenenden, wo ich wirklich gut ausschlafen kann. Einfach super. Aber das hilft wirklich nochmal unter der Woche einfach, um einzuschlafen und auch um durchzuschlafen. Zudem ist es wirklich lecker, ich nehme immer zwei Sprüher, hier im Geschmack Kirsche zum Beispiel, hier ist auch Orange. Ist lecker, ist kein Alkohol enthalten, kein Zucker und ist auch vegan. Wir wissen, Schlaf ist einfach essentiell für den Muskelaufbau, Regeneration. Wenn unser Schlaf sabotiert ist, sind wir einfach nicht leistungsfähig. Sei es im Gym, sei es auch im Alltag, deshalb könnt ihr mal testen, könnt ihr mal ausprobieren und ja, genau. Weiter machen wir mit Isoclear. Isoclear, sprecht es aus, wie ihr es wollt. Die Dinger, die sind einfach nur geisteskrank. Sogar meine Mutter und meine Schwester haben die Dinger getestet. Isoclear, die sind fasziniert. Was soll ich euch erzählen? Das ist einfach ein Proteinpulver, ohne Kohlenbrot, ohne Laktose, Zucker, irgendwas, gar keine Fette. Isoclear, ich mischte im Wasser, ich mache es immer 500ml, kaltes Wasser. Schmeckt einfach nur geisteskrank, geil. Wie ein Erfrischungsgetränk. Das hat einen unglaublich geilen Geschmack, ist sehr, sehr gut löslich, hat ein super Aminosäureprofil. Unglaublich viele Proteine auf 100g, unterschiedlich aber um die, also über 80g auf jeden Fall, wirklich krank. Man verwendet hier einen Morgenproteinisolat, falls ihr das wissen wollt. Und ich trinke es halt immer während dem Training, also ab Mitte des Trainings, damit ich halt meinen Post-Logout-Shade getrunken habe dann, weil ihr wisst, ein bisschen verdauen muss man das Ganze. Aber dann kommt es perfekt hin mit dem Timing, wegen dem Timelag eben, dass ich dann meinen Post-Logout-Shade direkt drinnen habe. Und zu Hause gibt es dann auch mein Porridge. Für ein Porridge-Rezept könnt ihr auch mein Insta abchecken. Brennt ihr euch mal ein Bild ein. Mein Porridge ist einfach am geilsten. Euer Feedback ist ja auch wild dazu. Wie ich vorhin auch gesagt habe, könnt ihr auch mein Insta abchecken nicht nur für ein Porridge, sondern wie gesagt, für die ganzen Geschmäcker, wie die ganzen Geschmäcker schmecken. Weil, wenn ich darauf eingehe, geht das Video 5 Milliarden Stunden, wollen wir ja nicht. Ich will es ja übersichtlich lassen, relativ. Und ja genau, deshalb machen wir auch blitzschnell weiter. Machen wir weiter mit meinem Baby Crankpump Pro. Crankpump Pro ist ein Produkt, das muss man nicht haben. Wieso? Weil das einfach ein reiner Pampus ist. Also das hat keine Stimulanz, kein Koffeine und so weiter. Das könnt ihr immer verwenden, auch am Abend, das wird euer Schlaf nicht sabotieren. Allerdings muss man sagen, bevor ich mit den ganzen Vorteilen und so weiter anfange, Pampus ist nicht essentiell. Das hat sehr, sehr viele gute Vorteile, aber ist natürlich ein Luxusprodukt. Das heißt, wenn ihr das Geld habt, dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze euch bestellen und auch rein investieren in die Pampus. Aber wenn ihr das Geld eben nicht dafür habt oder für andere Sachen ausgeben möchtet, dann ja, ist es halt so. Also ich habe das auch eine lange Zeit nicht genutzt, aber ich muss sagen, es ist einfach nur geil. Genauso wie IceClear, das sind so zwei Sachen. Das ist nice to have, wirklich sehr, sehr nice to have, aber müsst ihr nicht haben. Ist einfach ein Fakt. Da muss ich auch ehrlich zu euch sein und möchte nicht sagen, ihr müsst alles haben. Ich meine, ich habe ja auch lange Zeit ohne Muskeln aufgebaut und trainiert und gelebt. Aber wie gesagt, ich stelle euch die Vorteile vor. Wenn ihr euch selber davon überzeugen wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung den Link zu ESN abchecken. Und wenn wir schon dabei sind mit meinem Code Bura, könnt ihr immer maximal sparen. Wöchentliche Rabatte. Und ja, jetzt machen wir mal weiter mit dem Crankpump Pro. Kein Muss, aber zuerst mal zum Geschmack und zu der Löstlichkeit. Top. Gibt es nicht zu bemängeln. Löstlichkeit ist löstlich unglaublich gut. Ich kenne es von anderen Pumpboostern. Habe ich mal vor ein, zwei Jahren probiert. Löst sich nicht so heftig auf. Der ist wirklich einfach genauso wie IceClear. Kann man wirklich vergleichen vom Geschmack her und von der Löstlichkeit her. Warum benutzt man einen Pumpbooster? Zuallererst Spaß. Es macht einfach unglaublich Spaß, wenn man einen geilen Pump hat. Einfach zu trainieren, zu flexen und so weiter. Der zweite Punkt, der wichtigste meiner Meinung nach. Hat ein besseres Muskelgefühl. Dadurch hat man eine bessere Mind-Muscle-Connection. Man spürt den Muskel besser und kann tendenziell bessere und mehr Muskelreize setzen. Aber ganz wichtig hierbei ist, Pumpbooster bringt keinem etwas, wenn er nicht gescheit trainiert. Das heißt, achtet auf eure Ausführung, auf eure Intensität. Natürlich auch genug Sätze machen und so weiter. Ist ja klar, wenn jemand hinkommt und irgendwie zwei Sätze Bizeps-Girls macht, komplett mit Schwung und trainiert eigentlich seinen Nacken, dann kann er nicht erhoffen, dass er durch einen Pumpbooster einen heftigen Bizeps-Pump hat. Ist ja klar. Jetzt noch ganz kurz Crank-Focus. Crank-Focus ist wirklich richtig geil. Das ist eine Kapsel hart 100 Milligramm Koffein und 1 zu 1 Verhältnis Theanin. Die beiden Sachen, Koffein und Theanin, unterstützen sich gegenseitig. Also Theanin ist der Gegenspieler zu Koffein. Durch dieses 1 zu 1 Verhältnis ist es so, dass man nicht komplett aufgepusht ist, wie bei irgendwelchen anderen Boostern mit Stimulantien, sondern man ist einfach konzentriert, leistungsfähig durch das Koffein. Ja genau, 100 Milligramm pro Kapsel und hat danach keinen Daueneffekt, ist das Wichtigste. Bei mir ist eigentlich voll oft so, dass ich danach komplett am Arsch bin. Sorry, dass ich es so ausdrücke, aber ist einfach so. So zum Beispiel nach einem 500 Milliliter Energy oder sowas bin ich komplett down, aber hier danach, auch wenn ich 2 Kapseln nehme, 200 Milligramm, habe ich nicht so einen Daueneffekt. Allerdings ganz wichtig, wenn ihr es am Abend nehmt, dann könnt ihr wahrscheinlich nicht optimal schlafen, weil Koffein, wie gesagt, das macht euch wach. Genau deshalb, wenn ihr morgens trainiert, dann könnt ihr gerne ein paar mehr nehmen. Was heißt paar mehr? Jetzt keine 5 Kapseln oder das Schlucken bitte. Beachtet eine Kapsel 100 Milligramm. Nur mal so zur Information, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu und zwar 1 bis 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Ist ungefähr so der Bereich von Verringerung, von Müde sein. Was? 1 bis 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Koffein führt eben dazu, dass man die Müdigkeit verringert und alles andere drüber bis 6 ungefähr führt. Dazu, dass man wirklich sehr, sehr krass fokussiert ist, leistungsfähig ist und alles drüber ist halt dann wirklich komplette Katastrophe. Also passt wirklich auf, weil ihr überschätzt euch sonst, wenn ihr 700, 500 Milligramm Koffein konsumiert, dann habt ihr zwar eine richtig kranke Leistung, aber bringt euch auf Dauer nichts, weil das eben nicht eure Leistung ist, eigentlich die ihr normalerweise bringen könntet. Wow, jetzt? Zeit zu atmen. Crankfuchs ist tatsächlich sowas. Das ist wirklich kein Luxusprodukt, sondern das kann man sich wirklich holen. Das kostet nicht viel, das sind 100 Kapseln drin, sprich 100 Portionen, wenn man eine Kapsel nehmen würde. Das Ding ist, ich bin so einer, ich brauche immer Koffein, egal wie viel. Ich brauche auf jeden Fall Koffein vor dem Training. Wenn ich mir jeden Tag einen Energy Drink hole, bin ich bei 30 Euro im Monat. Und wenn ihr diese Kapseln holt, dann kommt ihr wirklich einen Monat oder sowas damit aus und es kostet sogar weniger. Zu allerletzt noch Instant Rice Pudding. Das ist eine schnell verdauliche Kohlenhydratquelle. Ich habe dazu auch ein Rezept auf meinem Insta. Könnt ihr abticken und ja, brennt ihr euch hier mal ein. Das ist wirklich perfekt für einfach zwischendurch, aber auch für das Pre-Work-Op-Me. Warum? Weil, wie gesagt, es sind schnelle Kohlenhydrate, schnell verdauliche Kohlenhydrate, Instant Rice Pudding. Das ist nicht so wie diese 100% Reising aus dem Supermarkt von Hip Babymarke. Habe ich früher gekauft, dachte mir, okay, das ist eh dasselbe, warum soll ich mir dann 3 Kilogramm von dem bestellen? Das ist absolut nicht dasselbe. Die Konsistenz oder halt so diese Dinger, das ist ähnlich so wie Reis, aber man bedeckt es einfach nur mit Wasser, nachdem man Proteinpulver hinzugegeben hat und Flavin Tasty und man hat so einen geilen Milchreis. Oder wenn man es besser haben möchte, sowas wie ein Kuchen ist einfach wirklich geil. Kann ich nur ans Herz legen. Könnt ihr mal auschecken und ausprobieren. An der Stelle würde ich sagen, warst du auch schon von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Hinterlasst auch sehr, sehr gerne ein Feedback und ein Kommentar. Schreibt mir gerne, was dein Lieblingsprodukt ist oder ob du überhaupt schon mal ein paar Sachen von ASN probiert hast. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne mit meinem Code immer maximal sparen, falls ihr irgendwas bestellen möchtet, falls ihr euch selber davon überzeugen möchtet. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt euch einen kleinen Überblick verschaffen. Wie gesagt, es gibt ein paar Luxusprodukte, es gibt aber auch Produkte, die wirklich einem was weiterbringen. Müsst ihr halt eben mal schauen. Wie viel möchtet ihr für Supplemente im Endeffekt ausgeben, wie viel nicht. Ich würde euch auf jeden Fall raten. Die Vitaminsachen, ein Muss. Proteinpulver, egal ob also clear oder normales Proteinpulver. Vegan-Designer-Protein ist auch mehr oder weniger ein Muss. Weil man dadurch schnelle Proteine hat eben und auch sehr, sehr gut seinen Eiweißbedarf decken kann. Geschmackspulver, Flavin Tasty, einfach nur top. Überall 500 Gramm Magelfack rein da, 60 Gramm Proteine und ja. Ich würde sagen, ich labere nicht mehr so viel. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus, haut rein und ciao.